Landtag Erleben Landtag Erleben Ich grüße Sie erstens ganz deutlich, danke, dass Sie hier sind. Da wir politisch sehr engagierte Klassen sind, freuen wir uns heute hier Ihnen ein paar Fragen stellen zu dürfen. Wir würden Sie kurz bitten, sich einmal in zwei Sätzen kurz vorzustellen. Wir danken Ihnen auch wirklich, dass Sie sich diese Zeit genommen haben. Ich denke, dass jetzt viele Fragen geklärt sind. Also ich durfte hier beim Landestag heute moderieren. Also es war wirklich sehr toll, weil die verschiedenen Abgeordneten von verschiedenen Parteien hatten und man sich einfach neue Bilder von den Parteien hatte und zum Beispiel Themen, die nicht intensiv an die Nachrichten zum Beispiel kommen, dazu auch Fragen stellen konnte und somit jetzt ein eigenes Bild von den verschiedenen Parteien hat und zu verschiedenen Themen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.